Herzlich willkommen zu einem Video von meinem Kanal. Heute ist mir wieder was besonderes wieder bestattet. Ja, was sehr besonderes. Nicht nur die Welt, die ist nicht mehr so besonders, die wisst ihr schon, aber ich wollte nur sehr Danke an euch sagen, dass wir die 60 Abonnenten geschafft haben. Ich habe vielleicht ein kleines Video genommen oder was ich mir vorstellen kann, weil ich habe ungefähr einen Durchschnitt ausgerechnet, wie viel ich so pro Monat bekomme oder pro alle zwei Monate, so zwei Stück. Deswegen habe ich gedacht, dieses Jahr werden wir vielleicht die 70 schaffen. Aber mir geht es nicht um einen anderen Abonnenten, mir geht es um Spaß. Ich habe überlegt, ob wir das hier weiterbauen. Wieso wir nicht? Ich habe da angefangen zu bauen, aber ja, wir bauen uns ja dann weiter. Also ich immer noch, aber ihr wisst, wie es meine glauben. Klar hoffe ich. Ich mache jetzt nur dieses kurze Stück hier weiter und dann habe ich mir vor, dass ich jetzt doch was anderes mache. Nämlich, ja, es ist, es ist, es ist, es ist was rausgekommen. Mhm. Ich sage euch nur eins, es ist nicht das Aquatic Update. Alle sind enttäuscht. Es ist aber was anderes cooles. Weil ich, ich, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Ein Update, irgendwie so ein Bugfix Update mit einem neuen Skinpaket oder so. Habe ich mir selber noch nicht angeguckt und die Fackel stehe ich hier noch auf. Und hier mache ich, ich setze hier noch kurz alle Fackeln rauf und dann, ich kann das mal kurz. Nee, nee, ich kann ja nicht mehr anhalten. Hä? Ich konnte das mal. Im Ernst, jetzt kann ich nur bänden. YouTube, du konntest das mal auf meinem Gerät. Wieso kannst du es jetzt nicht mehr? Aber wieso ist es hier nicht hochgefahren? Achso, ich müsste da ja noch einen Repeater setzen. Den habe ich hier gesetzt. Und hier hinten noch ein Klein. Da ist zum Beispiel schon einer. Okay. Ja, dann machst du das immer. Ey. Und dann wollte ich... Achso, ich muss was anderes machen. Das neue Update angucken. Erst mal kurz was gucken. Das neue Update angucken, erst mal kurz was gucken. Okay. Also, es sollen ergeblich neue Skins... Neue Sk... 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 Ja, ja. Skins... 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 Ich guck kurz. Final Fantasy. Cool. Also, ihr könnt mal eure Meinung dazu schreiben. Ich guck's mir mal kurz durch. Es sieht relativ interessant aus, aber ich glaube, mein Geschmack entspricht das jetzt nicht so... Sind das nicht Skins von den kompletten anderen Skins? Einfach so zusammengemixt und ein paar neue? Schreibt mal in die Kommis, wie ihr dieses... Ja, wie ihr dieses Skin-Paket findet. Kylo Ren, ist das Star Wars Teil 7 vielleicht? Okay, und irgendwas soll gefixt sein noch. Warte, ich guck jetzt nach. Ich hab mich wieder mal nicht vorbereitet. Aktualisierungsfall. Okay, ihr könnt das mal durchlesen, wenn ihr wollt. Man sieht mich da immer noch etwas. Egal. Okay, ja. Das Starfighting-Update wird sicherlich auch demnächst kommen. Also, nicht mehr so lange. Es kann sein, dass es vielleicht noch bis in den Mai reingeht. Vielleicht so Mitte Mai. Aber später kann ich es mir nicht vorstellen. Soll ich vielleicht auch mal Update involvieren? Ich hab kein Twitter, also kann das schwer werden. Oh ja, ich bin du, ich hab kein Twitter. Ähm. Was, was, was soll ich machen? Ja, Leute, ich spiel jetzt wieder mal ein bisschen auf Instagram. Ich hab, glaub ich, einiges getan. Aber eine Sache, die sich hier noch nicht getan hat, ist den Count, als ob ich es bei diesem hier, den ich jetzt gemacht habe. Viele werden jetzt sicher schreiben, ja, ich hab das schon mal gezeigt, aber wie die es jetzt das erste Mal sehen, äh, geklaut von Ja, ich gebe es zu. Ich fand das einfach eine geile Idee. Ähm. Jetzt hab ich die Farm vergessen. Grün. Irgendwie. Aber grün war hier. Ich nehm jetzt einfach blau. Ja, blau hatte ich auch. Nee, aber dann war grün hier und blau da. Oder? Leute, es ist mir egal. Ist mir jetzt sowas von egal. Äh, wie hab ich denn? Bin ich blöd? Leute. Und ich werde kurz die Lex bereinigen. Also ein paar Lex, okay? Weil Leute hier auf dem Server sind wissen wahrscheinlich, dass es hier ultra hart lagt. Und es liegt auch eine Menge an diesen Portalen. Oh. Uff. Ähm. Ja, das ist mittel... Das ist mittelste Portal. Oder das... Achtung, jetzt gibt's gleich ein Mega-Lack. Wow. Oh, shit. Achtung. Jetzt sollte kein Porta mehr da sein. Ja, hat sich hier... Hat sich hier was getan? Nee. Eigentlich nichts. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eine volleste Frage senden. Und... Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich auch überhaupt in Minecraft machen soll. Also ich hab irgendwie immer Lust, Minecraft aufzunehmen. Oder schreibt mir einfach, welches Spiel ich mach. In Minecraft. Ihr fragt das hier? Alter, der... Der... Der bereitet sich noch richtig vor. Der weiß nie, was er machen soll. Ich sag euch, wieso. Äh... Der Grund daran, dafür ist, dass... Ich weiß, was euch gefällt. Und ich überlege, hm, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, was euch gefällt? Ich will ja auch keine Videos machen, die ich nicht fand. Aber ich will euch jetzt nicht kritisieren. Ich will euch danken für eure 60... Äh... Für die 60 Abonnenten. Und... Ja, das wird jetzt auch ein etwas längeres Video. Ähm... Einfach mal eine Runde Battle spielen. Ey, so. Mal sehen, wo wir reinkommen. Ähm... Und... Hm... Ich hoffe, dass ich nicht ancutten kann. Okay, Leute, dann sind wir halt... Warte... Hier gelandet. Und... Ja, Leute. Ich werde jetzt dann gleich mal... Ähm... Ja, starten in ein paar Millionen Sekunden. Ich lad mal vielleicht ein paar noch ein, oder? Was soll ich machen, Leute? Und... Ja. Teilt diesen Kanal doch vielleicht auch mal gerne mit... mit euren Freunden. Und ja, jetzt geht's los. Müsst ihr natürlich nicht machen? Oh, es juckt. Oh, ja, ja. Oh, es juckt gerade. Oh. Okay, okay. So. Es geht los. Es geht los. Wir sind zu zweit. One versus one. Ja, Leute. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, nee, da. Leute, da ist doch noch einer gejoint. Mann, bei mir leckt es. Alter, man... Man kann ja nicht mehr auf Kisten stehen. Dann öffnet man die ja nicht mehr. Das ist das, was ich hasse. Ah, der hat... Der hat nicht... Der hat nicht mächtig eingestellt. Hätte ich vielleicht doch mal eigens erstellen sollen, oder so. Egal, jetzt ist es spät. Selber schuld. Aber bei mächtig ist hier oben was richtig geil ist. Das ist... Mal rein. Ja. Alter, kennt ihr die neuen Einstellung nicht? Der Typ. Nee, ich gehe lieber die Treppe hoch. Oder hier die Leiter oder so. Geht schneller. Ja, nicht von mir, wenn es manchmal dunkel ist. Es liegt dir gar nicht. Ich habe gerade ja... Das ist quasi zu viel. Ich glaube, der steht da jetzt irgendwo und wartet, und wartet, bis ich komme. Oder er weiß schon, wo ich bin. Und schießt mich dann jetzt hier gleich ab. Das ist die komische Stelle. Hier geht es einfach mal komplett straight nach oben. Das ist die komischste Stelle auf dieser... Mini- Game. Alter, das kann man da hinschaffen, Leute. Und dann könnte man von da nach... Ich such mal wieder auf mehr Pitches. Vielleicht finde ich mit euch sogar ein. Das müsste man aber hinschaffen können, oder, Leute? Egal. Oh, nee, jetzt bin ich hier unten. Ist mir egal. Jetzt bleibe ich hier. Wie findet ihr es eigentlich, dass, wenn man sich auf eine Kiste stellt, dass man da sich, ähm... Nicht mehr, ja. Ihr wisst schon. Scheiße! Bitte! Mann! Es leckt! Ich verstecke mich jetzt einfach nur noch. Oder es ist einfach die Aufregung, die ich gerade habe. Kann auch sein, aber ich glaube, es leckt eher etwas. Oder ich bin einfach wirklich zu nubig. Kann ich mich hier rein verstecken? Ja. Ne. Ist mir jetzt hier zu blöd. Äh, andere Seite irgendwo... Da hoch kann man nicht. Ja, da war nichts. Da greift mich jetzt wieder an. Ich habe kein Essen. Ich habe kein Essen. Alter, der hat Papageien eingestellt. Alter, aber ich habe gerade gedacht, Alter, was ist das für ein Spiele? Ach, schade, da kann man nicht hin. Das ist denn hier, das habe ich noch nie gesehen. Ja, hier ist auch immer ein bisschen bestgutes Zeug dran. Ich hoffe, der war da hinten noch nicht. Wenn er jetzt wieder von irgendwo hinten ankommt. Bitte schießt mich hier runter. Rüber hier. Rauf hier. Ah, nee, und Kiste. Der hat ja Feuerbogen, also nehme ich mir das. Oh, da bewirft ich mich hier mal. Essen, essen, essen. Da ist jemand. Da ist jemand. Du wirst一樣. Du willst. Da bist FEMASi oder ziehsenz. Und da bist du dran. Da ist jemand. Die Schraußern soweit. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.